Der erste Zahn von Russland Ich will dieses Kreuz, Richie Du triffst meinen Mann, der ist da rein und wieder raus, innerhalb eines Tages Keiner bewegt sich hier Wenn sie die Geißel freilassen, werden wir mit ihnen verhandeln Wir lassen einen von euch gehen, wer soll es sein? Der, der den Jungen getötet hat, hat auch den Aufzug angehalten Er hat vorgegeben, von der Polizei zu sein, damit wir eine Geißel hinschicken Wenn wir hier raus wollen, sollten wir Waffenstillstand schließen Das ist Selbstmord Das sind Psycho-Zwillinge, Mann Die lassen keinen von uns gehen Ich drehe gleich durch Erledigen wir den Mistkerl Scheiß Russland